Servus Leute, Willkommen zu Comedy Meets Gaming hier mit Imas Tyrann und... Tun Sie so. Ja, wir sind letztens hier stehen geblieben und suchen... Was haben wir gesucht? Die... Ah ja, wir suchen die Solanias Habe, ne? War das? Ja. Ja, richtig. Und ja... Wir wollten uns nochmal entschuldigen... Da... Warst du... Da... Ähm... Da Part 2 echt relativ... Naja, wie soll ich sagen... Wir haben das halt... Shit gerendert, sag ich mal so... Wir haben erstmal... Was haben wir da gemacht? Ah ja, wir haben erstmal... Ähm... Den hinteren Teil nach vorne geschoben und den vorderen Teil nach hinten... Was eigentlich nicht sein durfte... Ja... Das war's eigentlich, ne? Jo... Und was suchen wir jetzt hier? Ja, hier ist jetzt halt die Rolle... Warum hast du den Typen umgebracht? Ja, weil wir die... Räume brauchen für Dings... Für den Quest Aggressivität... Oh... Wir sind ganz nett, das wäre Diebstahl... Ja toll, jetzt kann ich hier warten, oder was? Ne... Wieso? Ja, da wartest du halt ich... Die paar... Sekunden... Oder immer... Aspekte des Affen... Sofort... Der Jäger nimmt die Aspekte eines Affen an... Die... Chance auszuweichen wird... Am... 18% erhöht... Es kann immer nur jeweils ein Aspekt aktiv sein... Okay... Schlangenbiss benötigt... Okay... Ja... Nimm mal lang... Denk ich... Hoffentlich... Meinst du? Ja... Geh mal schon mal die... Solania und... Seherkugel holen... Bring dir meinen eigenen Mob um... Ey... Schau... Aber Seherkugel will ich haben, ne? Hier darf ich jetzt essen... Du Arsch... Hast mir Dings gekauft... Kann man alles verkaufen! Alter... Welchen hast du denn jetzt genommen? Achso... Nehmen die einfach alle... Verkaufs auf... Wer ist Sonntag... Alter... Was ist denn hier los ey? Oh... Hallo... Hallo du... Hallo... Der will nicht dein Freund sein... Warum? Ey... Ey... Der Arsch... Ey... Leck... Leck mich aber fett am Sack... Die eine Tussi da... Hat mir meine... Meine Rolle weggeklaut... Ja... Und die will jetzt halt die Kugel holen... Oh... Ich bin schnell da hin... Lauf... Lauf hin... Ne... Die will gar nicht die Kugel... Ey... Die Kugel will ich haben... Bleib stehen du Sau... Dann komm halt... Hilfe ich werde angegriffen... Und ich legge... Verhilig... 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 Verdammte Scheiße... Alter... Wo ist denn die verdammte Kugel? Weiter... Weiter... Einfach immer grad... Verdammte Kugel... Der Xard aus... WTF... Hier... Alter... Da oben... Ich seh's... Alter... Ich lauf hier... Alter... Nimm mal... Nimm mal die... Scheiß Bäume weg... Ja... Ich bin weil kein... Superheld... Oah... Ich kann nicht... Oah... Ich kann nicht... Oah... Ich sterb... Ey... Ja... Dieser Zauber ist noch nicht bereit... Fühl dich... Oh danke... So... Ja... Jetzt... Komm alle zu mir... Ey... Wiesklar... Ja... Ich weiß... So... Ja... Leck mich doch am Sack... Ja... Du hast doch die Kugel schon... Aber... Die bleibt ja da... Und die... Ich helf dir mal... So... Jetzt gibt's noch ne Mezzala... Green Piece... Ich verstehe... Ich verstehe... Ich verstehe... Hast du schon... Die Uhr... Schon geredet? Ja... Ja... Schlack... Äh... Leck... Was geht jetzt? Alter... Machst du was? Ne... Steht bloß... Dumm da... Nachgestell... So... Ich versuch halt die Dinger da oben noch zu holen... Und... Äh... Halt... Du weißt schon was... Halt die Rolle und du versuchst die Kugel zu holen... Du kannst eigentlich die Kugel holen, oder? Ja... Eben... Arsch... So... Ich hoffe... Dieses Ding ist da oben... Wenn nicht dann... Krieg die Krise... Ach... Müsste schon oben sein... Ja... Eigentlich schon, ne? Die müssen schon lange da oben gemischt werden... Ey... Komm mal mir nach bitte... Da sind... Hier... Bäume die mich abschlachten wollen... So... Ich komm schon... Wollen wir vielleicht... Doch... In der Gruppe? Die Rolle ist hier noch nicht... Ja... Warten wir halt eben noch... Sollen wir da noch ne Gruppe machen... Oder... Ja klar... Aber... Ich komm hier nicht raus... Hilfe... Ich wollte schon sagen... Wenn wir hier Duell machen... Ja... Aber hier ist die Dingscheiß nicht... Ja... Du... Bleibst stehen... Und ich... Erledige... Die Viecher hier... Lalalalalalalalalala... Lalalalalala... 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 Weil hier... Wenn hier irgendein... Pff... Ist ja langweilig... Wenn hier irgendein Idiot kommt... Der mir... Oh... Ein bisschen... Total nicht abgelenkt... Total nicht abgelenkt... Oh... Ein bisschen... Ach... Schon... Hallo... Schönes Besen... Ah... Da kommt wieder ein Typ... Da kommt wieder ein Typ... Hier... Steht da... Von mir aus kann er da laufen... Der läuft dir hinterher... Weißt du doch nicht... Mir wurscht... Da hinten Leute ne... Da hinten ist... Da ist... Tony Shiso... Und da ist der Magier... Das ist ein Magier... Ja... Ja... Keis als ich mich... Reloggen muss... So... Wie so... Reloggen... Ah... Das ist verpackt... Meint der... Meint der... Warte... 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 Ich frage mal... Sonst hätte ich ja... Die Rolle nicht... Na... Ja... Richtig... Er hat einfach nur keinen Plan... Äh... Das ist verpackt... Das heißt... Du musst warten... Hm... Was mach ich denn hier... Tanzen oder was? Ah... Hier kann man auch tanzen... Ne? Ja... Wie ging das nochmal? Äh... Gruppenchat sagen... Emotionen... Da... Tanzen... Oh sexy lady... I want the flow... Yeah... Äh... Äh... Idiot... Hahaha... Hallo... Wann kommt denn die Scheiße? Kann man nicht einen Relog wandeln? Ja... Ja... Das bringt's... Nix... Kommt's dann nicht? Ne... Ey... Wenn dann schon müsste der Server restarted werden... Du Scheiße... Ich hab keinen Bock hier jetzt den ganzen Abend zu... Äh... Uns fehlt noch ein... Walklin getötet... Ghetto wollte ich schon sagen... Welches... Walk... Walk... Walklin... Wilder oder normaler? Walklin getötet... Ja... Normaler... Weir... Hier passiert ja nichts... Mal... Ja... Wenn es nicht weitergeht... Dann... Machen wir halt... Ja... Machen wir eine andere Quest... Die einen haben wir ja schon fertig. Scheiß drauf. Wir können ja jetzt nicht den ganzen Tag dabei hatten. Werzeit kann 100% aber macht nichts. Die Quest ist jetzt auch nicht die helle Sache. Sooo wichtig ist die Quest auch wieder nicht, wa? Jaja. Oh, 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 oh. Alter, oh, 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 Quest abgehen. Jo, ein neues Schwert. Echt? Jo. Aber ein Handschwert. Ich kann einen durchnehmen, aber was soll ich damit? Töten. So, den zweiten Quest sofort annämen, ne? Ja. Okay, hab ich. Da oben haben wir eigentlich keine Quest mehr anzunehmen, oder? Ne. Ich schau noch mal, ich schau noch mal vor sich selber wegen der Rolle. Jo, mach das. Wenn der jetzt nicht da ist, dann krieg ich... Dann ist er halt nicht da. Ja. 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 Nein! Wo bist'n du? Dahinten? Doch! Hier bist du! Hallo! 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 Hallo Toni! Hallo! Maskulin? Ja richtig, Maskulin! Hallo Maskulin! Du hast aber nen süßen Deutsch! Ist er stärker als unsere Anfangswaffen? Also... schon! Also für meine Waffe her schon! Ich sag mal, wie du Schaden... Alter! Ja, dann ist das echt schon Arsch, bis du geweiht hast! Ja, ich weiß! Ich kann nicht lesen! HC, Charakter... 3 bis 5... Bist du bescheuert? Mein Axis ja viel stärker als die Scheiße! Tja, kommst du? Fuss! Bin noch da! Ey, warum hier... liegt hier so ne... so ne Kugel? Das sind die Gespenster, wenn sie dann sterben! Ne Kugel? Ja! So, hier in Giftpfeil nochmal nach... so... Ja, schön in die Kugel reinwerfen! Stirb! Du Schupp... Du Schupp... Soll er alles aufheben, was da drin ist? Ja... Alles aufheben! Mach! Bug! Mark! Alter, ich lege so heftig. Wie viele Minuten noch? Tja. Das nehm ich mit. Dankeschön. Macht zwei. Okay, noch zwei Minuten. Kriegen wir ja schon hin noch. Nee, die Kriberis kriegen wir nicht ganz zu Ende. Nee, leider nicht. Ich versuch dann im Offstreamer versuchen, die Rolle der Geiselmagie zu bekommen. Wenn ich das hab, dann bin ich oberglücklich. Dann ruf ich meinen Steuerberater an und sag, ich will... Was will ich denn? Schick... Horzen! Ja, richtig, ich will Horzen. Schick mir, ob ich das zwinge. Da hast du aus den Schulden. N-D-O-R-E. Alter, ich hab'n Lack. Bei mir auch. Jo. Sauber. Du nimmst den, ich nimm den da hinten. Jo. Das ist immer so göttlich, ich muss gar nicht da hinlaufen. Du musst da hinlaufen. Ja. Kann passieren, ne? Kannst du halt, dass du gerne mal meine Sachen klaust? Ja. Aber das ist halt aufgeteilt, oder? Nee. Was nen Scheiß war das? Nee, das Geld. Ja, okay, das ist dann gut. Ja, äh. Wir müssen hier dann mal aufhören. Ja, wo bist du? Komm her. Ja. Ich hoffe, da hinten runter zu springen. So, ja, ähm. Wir sagen dann schon mal... Goodbye. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Das war Tony Shizu und... Red dich. Je m'a Stürra. Ciao, ciao. Ciao. What?